Ich erkenne dich nicht wieder, Igor. Wo ist dein blöder Optimismus geblieben? Deine nervige Ich-schaff-das-schon-Haltung. Ich habe versucht, anders zu sein, aber die Welt wollte es nicht. Willst du nicht nach Lischka suchen und sie vor Schadenfreud retten? Was soll das, Brain? Versuchst du, mich zu hypnotisieren? Genau. Aber wenn das nicht funktioniert, mache ich so. Au! Lischka braucht eine Hilfe und du bist der einzige Bucklige, der in diesem Land ein gerades Rückgrat hat. Brain, das war das Klügste, was du jemals gesagt hast.